So, hallo und herzlich willkommen. Heute geht es hier bei Minecraft BeatBeast Infinity. Das letzte mal haben wir ja unten die große Batterie gebaut. Da müssen wir noch ein bisschen warten bis die fertig ist. In der Zwischenzeit können wir hier nochmal ein bisschen das Kobalt wieder klein machen. Und was mit dieser Folge machen sind Ender Quarry die Speed Upgrades, genau. Dazu brauchen wir jetzt erstmal zwei. Dann brauchen wir Redstone. Dann brauchen wir Dia-Spitzhacken. Zwei Stück. Ups. Hat ganz klappt. Sticks da. Dann brauchen wir Buch. Dann eine Feather. Und Ink. So. Zwei Bücher. Dann einmal hoch. Wie gerade Nacht. Nehmen wir das Teil mal mit. Nach ganz unten. Wo unsere Level gespart sind. Sonst müssen wir mal hin und her rennen. Weil unsere Quarry. Äh. Unsere Quarry. Unsere Anlage hier läuft hier gerade. Hm. Okay. Das ist weg. Ist weg. Das war ein. Der Abrissschatz. Äh. Da. Da zieht es auch nichts raus. Egal. Wir gehen jetzt erstmal runter und machen das soweit. Solange wir halt keine Energie mehr haben. Wir brauchen jetzt das Buch. Redstone. Das ist zu viel. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Game in Brown 36. Ups. So. 13 Level. Halt. So. Dann noch nur 13. Halt. So. Halt. So. Dann zum Amboss. Zack. Und das kostet 5. Geben wir halt direkt die 10 raus. Einmal. 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 Geht immer noch nicht. Egal. Dann können wir die. Das sag wir da rein. Dann äh. Müssen wir zu der Quarry selber jetzt kurz hin. Äh. Speed. Upgrades. Wie viele haben wir denn? Keine. Das heißt. 4 Stück. Mal schauen mal alles vorbereiten. Da wird immer noch alles durchgelassen. Äh. Das müssen wir durchkommen. So. Das restliche hierhin. Und genau, da müssen wir noch was machen, nämlich einen Spotloader, weil, also ich bin mal gespannt, wann die nächste Version von Extra Utilities kommt, weil die ist richtig Hammer. Die hat nämlich eine neue Dimension drin und in der neuen Dimension, das ist eigentlich nur eine Voidwelt, in der können wir eigentlich echt Hammer bauen. Ups, einmal hier hin, äh, das nehmen wir mit. Einmal F9 war's, genau. Ja, das ist ein Junk. So, dann muss man noch kurz in ein Ding, in, äh, Twilight Forest. Dann würde ich nämlich da dann nämlich nächstes Mal mein Haus bauen. Also wenn das nächste Minecraft-Update kommt, dauert es halt wahrscheinlich noch bissle. Einmal Speed-Upgrade. Einmal hoch. Hier ist niemand unterwegs. Einmal durch. Und einmal der Quarry hoch. Vielleicht da ein bisschen zu hoch gesetzt. Egal. Muss man jetzt damit leben. Äh, F9. Mal Chunks anzeigen lassen. Alles in einem, das ist sehr schön. Einmal ein Junk-Loader. Dann können wir hier direkt die hinsetzen. Speed. Dann geht's gleich ein Stück schneller. Äh, F9. Einmal das Ganze wieder ausmachen. Huiiii. Nein, ich komm da lieber nicht zu hart auf. Und wieder durch. Na, dann muss ich da nochmal gucken. Da kommt nämlich gerade nix mehr an. Äh, wer sich fragt wo ich die hier hab, die hab ich mir gemacht, wo es mir, äh, langweilig war. Wo ich gewartet hab, dass, äh, die Rüstung fertig verzaubert war. Jetzt einmal den hier. Einmal den hier. Dann kann man gleich unsere Quarry, äh, Quarry unserem, unser Teil hier hochdrehen. Was war's? Äh. Mal 50%. Hm. Werden wir abwarten. Dann einmal hier rein. Weil wir wollen ja schneller an Draconium kommen. Und da dazu brauchen wir halt mehr Energie. Jupp, läuft schon noch. Und da ich bis jetzt immer auf, also ich hab zwei verschiedene Versionen gehört. Das eine Mal braucht man 100 RF pro, äh, abbauen. Und das andere war, äh, 480 bei voller Power. Deswegen weiß ich das jetzt nicht so genau. Ich hab aber keine Ahnung wo die Energie hier hingegangen ist. Weil das Teil, die, das ist ja aus. Das verbraucht keine Energie. Das hier zieht's auch nicht leer. Also hier wird Energie verbraucht. Das ist klar. Hier wird ein bisschen verbraucht. Hier wird ein bisschen verbraucht. Was braucht denn das Teil? 20, pfff. Das ist ein 60er F. Das Teil ist aus. Ah, genau. Da können wir gleich das nächste in Auftrag geben. Wir machen uns jetzt nämlich noch andere Rüstung. Das war, ne, das hat genau passt. Nämlich die, ähm, größere. Ja, jetzt sind Kaisen. Ah, vom Redstone Arsenal. Genau. Die machen wir uns wieder. Und dann verzaubern wir die auch wieder. Dazu brauchen wir halt einen Haufen von dem Zeug. Mh, dann muss man das alles hier in den Tank reinbekommen. Mh, den Wither könnten wir kurz beschwören und dann ummürksen. Energie, wie sieht's aus? Kein Problem. Dann, wie sieht's denn da aus? Was kommt noch rein? Ja. Geht ordentlich schnell jetzt. Flakonium haben wir immer noch nicht genügend. Dann haben sie, äh, ein paar Rezepte geändert. Halt hier. Dann brauchen wir das. Nächstes Mal. Und dann können wir da draus unsere Deep Storage Units bauen. Und das Rezept hat sich geändert. Habe ich auch letztens erst festgestellt beim, äh, rumspielen. Äh, Enderpalm brauchen wir auch noch. Warts haben wir ja zum Glück einen Haufen. Äh, Diaz bräuchten wir mal mehr. Interium braucht man dann mehr. Äh, das ist alles, was wir im Ohr haben. Das sind acht von denen und zwei von denen schon wieder. Ah, da können wir auch genau, ähm, Hobalt, nicht pulverized. Und Ardite ist ein bisschen pulverisiert. 185 Manilium haben wir schon. Für unsere, äh, Waffensammlung. Da brauchen wir dann auch noch ein bisschen was. Guck mal. Ah, genau. Den wollen wir auch noch ein bisschen herstellen. Das heißt, wir brauchen Iron. Wie. Nein. Das machen wir das mal aus. Item Name. Iron. Dust. Ferris. Ah, nicht all Ferris, sondern einfach nur Ferris. Okay, das ist alles, was wir in Ferris Dust haben. Schade. So. Dann das alles und das. Brauchen wir trotzdem noch mehr. Hier und dann. Doppelt er an Eisen. So. Kommt dann hier rein. Erstmal wird jetzt das restliche Elektrum hier fertig gemacht. Die schaffen fröhlich vor sich hin. Als nächstes Redstone dran. Dann. Da haben wir schon wieder 33 beieinander. Geht auch wieder ruckzuck. Reconium. Na keins. Schade. Ähm, ja. Ja. Dann geht's weiter. Ähm, mit. Ähm, der Pumpe. Umfüllen. Wrench ist da. Wrench ist da. Brauchen wir jetzt grad auch nicht. Da machen wir dann mal Output nach oben. Dann wieder aus. Dann Output nach oben. Ähm. Und einmal leer machen. Nach oben aus machen. So rum. Lassen wir dann hier hängen. Dann brauchen wir. 48 Diaz. Aber davor machen wir noch das andere. Nehmen wir erstmal das hier. Hier. Die müssen wir einmal kochen. Ja. Einmal gibt's zwei Blöcke. Und wir hier mit dem Ofen machen. Indem, äh. Pick the current stacks for. Ja. Mal sortieren. Dann ist so das Zeug da. So. Machen wir so. Voll fertig. Der Hammer hat. Ein net volles Glück. Das heißt. Wir brauchen Lapis. So. Mach fertig. Na. Obwohl. Der hat schon Looting 3 drauf. Aber. Aussichts halber machen wir noch. Voll. Sind voll fertig. So. In der Zwischenzeit können wir schon mal ein bisschen Redstone flüssig machen. Keine Ahnung wie viel wir brauchen. Fangen wir einfach mal an. So. Builders wand wäre jetzt auch ein Vorteil. Hammer nicht. Also machen wir es so. Weh. So viel XP. Den müssen wir auf jeden Fall hinsetzen. Anderthalb Stacks. Diaz. Muss ich nicht beschweren. Halt wie viel haben wir gesagt. 48. 38. Ich hab den Hammer jetzt nicht volles Glück gemacht. Ah. 110 haben wir jetzt egal. Einmal Infusion. Das kann eine Weile dauern. Wenn nicht haben wir halt noch ein bisschen flüssigen Redstone übrig. Elektrum. Und jetzt auch ordentlich. Ah. Guck mal. Und hier muss ich immer noch nix rüber bekommen. Dann der Schaft auch noch. Dents. Wird hier eigentlich nett rein. oder melting doch pulverizer passt dann gehen wir mit runter ja der akku ist voll da kommt auch bisschen was rein wir werden später ziemlich viel wolle brauchen deswegen würde ich mal das jetzt laufen lassen ich brauche zwei von den teilen weil ich brauche auch endermänner also enderpaar brauche ich mehr volle brauchen wir deswegen weil wir für applied energistics die kabel machen müssen und wenn man sich das rezept anguckt das ist stinknormale halt mit gehen aus denn es ist dickste da brauchen wir erst mal covered cable und für covered cable braucht man wolle und das ist dann auch erstmal eine aufgabe und smart cable hätten wir könnten dann auch noch machen wir müssten jetzt ja geht ordentlich vorwärts machen wir noch ein bisschen was kein problem redstone haben wir eh geniegend warum ich die rüstung mache die hat ja ein bisschen besseren wert als die andere als die wir gerade anhaben und wenn man den helm verzaubert hier gibt es auch was denn night vision anscheinend kann man night vision auf den helm mit enchantments drauf kriegen ich frage mich nicht wie aber irgendwie geht es was geht es in war haben wir geht es auch gar nie wir wollen jetzt das war 250 redstone 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 okay ist nichts anderes dabei da haben wir ein neiner kommen fd immer klein dann okay das immer noch dabei dauert ja ewig aber ich will das auch gar nicht beschleunigen weil wenn ich das beschleunigen würde die dropshaws runter gehen auf sowas habe ich keinen bock jetzt sogar ein auto enchanter ne mit dem einmal nix 130 wolle haben wir inzwischen die laufen pro zuckrad ja sagen wir jetzt 106 na komm ähm ähm manilium können wir schon mal schmelzen da können wir in der nächsten folge uns einen waffensatz machen wirklich dann halt nett weiter könnte ich nur meine armbrust ausprobieren wenn ich was treffe sieht man ja gleich okay ey Kumpel ey Kumpel man wo viel Schütze im Werk auf jeden Fall ein One Hit äh ich sollte vielleicht die Türe zu machen dann na ok wobei weil der der außer rum gelaufen ist dann können wir jetzt schlafen so da liegen wir uns auch noch rum das müssten wir jetzt eigentlich rauskriegen ne jetzt lass mal den nach dann machen wir erstmal voll dann ähm ja na na man wird in der Luft dann nicht dass man das hier was hoch geht das schicken wir zurück das und das kommt ein Schaf vorbei dann machen wir die Schmiede hier immer ein bisschen größer das wird reichen wo kriege ich den Glade Damage wenn ich da alt der war falsch wenn ich da äh dann drin bin na lieber nicht ausprobieren auf jeden Fall können wir jetzt alles schneller schmelzen aber immer noch schnell genug wohl ah das reicht jetzt schon so dann das alles zurück Redstone können wir unten nochmal rein aber jetzt warten wir erstmal bis das einmal fertig ist da dann können wir nächstes mal äh unseren kompletten Waffensatz machen ich hab jetzt keine Ahnung ob äh wie man überhaupt die bestmöglichste äh den bestmöglichen Crossbow macht oder beziehungsweise Langbogen oder Kurzbogen muss ich nur ausprobieren muss ich nur ausprobieren warum freuerts den net dann halt net dann wieder heim das bober mit dann die 48 sind fertig nicht nicht entfused elektrum äh ah ist hier dann habe ich scheiße gebaut elektrum redstone dann habe ich hier viel flüssigkeit mhm und dann brauchen wir nur wie heißt es äh ich nehme jetzt einen Kreis halt Pyro Theomats genau hopp und los geht's dann brauchen wir nur mit einem Tank erst mal unterste Level und und noch eine Rainforest draus oh da haben wir das Glas nicht mehr das heißt wir nehmen Quarz so ah obwohl der Oven läuft gerade naja stellen wir es hier bitte rein oder hier dann einmal den hier Output und tschüss Input Output und fertig so ok es sind verschiedene egal dann gehen wir auch hier hin das heißt man den wir brauchen kann man schön schön da nach hinten gucken ähm keine ahnung wie viel ich von dem brauche äh und wie heißen die überhaupt ähm jetzt dort aus ne dann laxen viel doch da zwölf haben wir schon äh darf man schon in dieser Folge vielleicht vielleicht dann haben wir jetzt so viele jetzt muss man weiter warten dann brauchen wir brauchen einige von denen hier wir können noch ein bisschen Pyrofium herstellen ähm wir können noch ein bisschen Pyrofium herstellen so das was üblich bleibt ist egal dann Arconium haben wir schon wieder so äh 24 so hop hop freisen oder sechs stück das ist ja nichts was warte ich sind sehen obwohl drei stück sinds wieviel brauchen wir noch bis Batterie fertig ist. Fünf, hmmm. Der läuft super. Dann machen wir unsere ganze Level hier rein. Die Zauberung läuft auch gut. Ne, läuft nicht. Bleiben wir ja mits hier unten sind. Oh, komm her. Ich will die Augen, ähm. Da. Muss man halt immer so rumlaufen. Oh, halt schlimm. Ähm. Jetzt, der ist voll, der ist voll. Und der kommt nicht vorwärts. Weil ich nicht hier unten bin. Das ist vielleicht nicht die beste Spawnerart, die es gerade gibt für mich. Wie viel können wir denn jetzt machen? Ähm. Die Teile. 20. Das ist schon ganz ordentlich. Einmal die Brust. Einmal die Hose. Und einmal der Helm. Dann brauchen wir vier Stück. Da haben wir schon. Da sind sie schon. Oh. Okay. So. Jetzt. Das ist alles. Da. Dann hätten wir sie auch. Dann gehen wir mal runter. Die sind auch alle schon voll gleich. Beim Aufladen geht es bei uns gerade ruckzuck. So. Und dann war es das wieder. Halt. Noch nicht ganz. Ne. Noch hoch. Das zeige ich schon noch nicht durch. Aber jetzt gleich kommt es dran. Also wenn wir das richtig automatisieren. Also wie gesagt. Ich baue jetzt hier erstmal das meiste. Was wir jetzt gerade so haben. Fertig. Und dann wenn extra utility das update hier drauf kommt. Aufs infinity pack. Dann machen wir uns in der wildwelt ein richtiges Haus bauen. In der wildwelt da ist dann weniger lag. Weil der PC da weniger laden muss. Jetzt. Die wollte ich alle zum verzaubern reinhängen. Pulverized. Ja. So hieß es. Können wir alles mal mitnehmen. Oh. Nein. Das ist viel. Zu viel. Mal gleich so den Modus umstellen. Woll. Nein. Das wollte ich nicht. Hin wollen wir. Zack. Zack. Ach. Der macht gerade Lead. Deswegen ist es unternehmen was neues. Und. Mal sortieren. Und los geht's. Dann. Dann. Ja. Da. Da. Wurde jetzt geschwind noch das durchgelassen. So. Da ist noch ein bisschen was drin. Egal. Ich weiß gar nicht viel was. Warum die sonst noch halt. Aufhören. mit dem Mist. So. Das ist gleich durch. Na komm. Mach hin. Äh. Da ist es Ardite. Wobald kommt jetzt gleich. Weil das schwart und den Bogen. Obwohl der Bogen ist eigentlich noch ziemlich cool. Aber wir haben ja unsere Armbrust von dem her. Kein Problem. Mit was kann man denn? Multishot. Punch. Quickthrow. Ich würd sagen den machen wir. Ach. Da ist schon Kobalt. So. Da wäre jetzt hier Manilium. Müssen wir warten bis das komplett durchgelaufen ist. So. So. In. Der. Zeit. Lapis. Aber den haben wir mal früh fertig. Ok. Das ist auch voll. Ah. Wie sieht es noch nicht aus. Das sieht es gut aus. 14er. Gleich geschafft. Die Truhe. Die schafft auch noch fröhlich vor sich hin. Und fertig. Machen wir mal alles raus. Dann. Das noch hier in die Truhe rein. Habe ich jetzt die Level her. Oh. Falschen Knopf drückt. Und. Das Ding. Ja. Dann mache ich hier Schluss. Für diese Folge. Ich lasse jetzt. Äh. Während. So oft Zeit. Wird die mich hier mal verzaubern. Mal gucken was wir rausbekommen. Und dann basteln wir nächstes Mal. Äh. Unser Manilium Waffen Set. Ja. Von dem her. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und. Bis. Bis.